Altbach ist eine Gemeinde im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg. Geografie Altbach liegt in 245 bis 450 Meter Höhe zwischen Ploching und Esslingen am Neckar im Neckartal am Südhang des Schurwaldes. Die Gemarkung ist quälenreich und so kann die Gemeinde 45 Prozent ihres Trinkwasserbedarfes aus eigenen Brunnen decken. Zur Gemeinde Altbach gehören außer dem Dorf Altbach keine weiteren Orte. Angrenzende Gemeinden sind Esslingen am Neckar im Westen und Norden, Plochingen im Osten und Deizissau im Süden. Geschichte Funde von Rheingräberfeldern und die frühe urkundliche Erwähnung deuten auf eine frühmittelalterliche Gründung der Siedlung. Altbach wurde erstmals 783 im Lorscher Kodex erwähnt. Im 13. Jahrhundert erwarben die Grafen von Eichelberg den Ort, verkauften ihn aber stückweise an das Kloster Adelberg. Mit der Reformation kam die Landesherrschaft an Württemberg. Altbach blieb Bestandteil des Klosteramts Adelberg. Ab 1806 gehörte Altbach im Königreich Württemberg zum Oberamt Esslingen. 1819 wurde Altbach vom Nachbar Orzel, heute ein Stadtteil von Esslingen, getrennt und besteht seitdem als selbstständige Gemeinde. Im Jahre 1846 erhielt Altbach einen Bahnhof, wodurch Voraussetzungen für eine Industrialisierung geschaffen worden sind. Einwohnerentwicklung Die Einwohnerzahlen sind Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes. Politik Der Gemeinderat in Altbach hat 18 Mitglieder. Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte zu folgendem amtlichen Endergebnis. Der Gemeinderat besteht aus den gewählten ehrenamtlichen Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzendem. Der Bürgermeister ist im Gemeinderat stimmberechtigt. Bürgermeister 1819 zu 1830 Johann Georg Reier 1830 zu 1857 Georg Friedrich Barth 1857 zu 1889 Michael Frick 1890 zu 1896 Johannes Herrmann 1896 zu 1901 Heinrich Utz 1901 zu 1945 Louis Friedrich Reit 1945 zu 1946 Albert Schlotz 1946 zu 1948 Willy Burgenmeister 1948 zu 1966 Wilhelm Römer 1966 zu 2001 Walter Steter Seit 2002 Wolfgang Benignus Blasonierung Das Wappen wurde ursprünglich vom Ortsadelsgeschlecht von Altbach geführt. Die Flaggenfarben sind weiß-rot. Wappen und Flaggenfarben wurden der Gemeinde 1954 von der Landesregierung verliehen. Wirtschaft und Infrastruktur Verkehr Altbach ist an die Bissien angebunden und im Schienenverkehr mit der Filstallbahn S-Bahnlinie S1 in den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart eingebunden. Am 19. Dezember 2006 wurde der weltweite erste People Mover der Bahngleise überquert in Altbach in Betrieb genommen. Altbach verfügt über eine Grund- und Werkrealschule, vier Kindergärten und eine Ortsbücherei. Kraftwerk Altbach Deitzesau Das Kraftwerk Altbach Deitzesau wird von der ENBW betrieben und gilt als eines der modernsten deutschen Kohlekraftwerke. Es liegt auf einer Neckarinsel und zur Hälfte auf der Gemarkung der Nachbargemeinde Deitzesau, weshalb der volle Name auch Kraftwerk Altbach Deitzesau lautet. Die beiden Schornsteine sind höher als die Schurwaldhöhen und die Filder und damit weithin sichtbar. Seit 1899 wurde der Neckar durch eine der damals größten Wasserkraftanlagen Württembergs zur Energiegewinnung genutzt. Die Gebäude wurden 1998 abgerissen und zu einem Park umgestaltet. Für die Abfallentsorgung ist der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen zuständig. Es bestehen getrennte Sammlungen für Biomüll, Hausmüll und Papier. Verpackungen werden im Rahmen des grünen Punktes in sogenannten gelben Säcken gesammelt. Sperrmüll wird gegen Abgabe eines von zwei Gutscheinen jährlich kostenlos abgeholt oder kann zu einer Entsorgungsstation gebracht werden. Bei den Entsorgungsstationen können auch Elektro- und Metallschrott sowie andere wiederverwertbare Stoffe abgegeben werden. Für Sondermüll wie Leuchtstofflampen und Lacke gibt es besondere Problemstoff-Sammlungen, Kultur- und Sehenswürdigkeiten. Altbach besitzt eine Gemeindehalle, in der regelmäßig Theater, Konzerte, Ehrungen, Feste und sonstige Veranstaltungen der Altbacher Kulturreihe durchgeführt werden. Die Halle wird nicht nur Altbachern zur Verfügung gestellt. Das alte Rathaus war ursprünglich ein Jagdschloss im ehemaligen Wildpark von Hohengären. Das Jagdschloss wurde 1839 von Altbach erworben, abgebaut und als Rathaus im selben Jahr wieder aufgebaut. Die Christuskirche wurde zwischen 1959 und 1960 nach Plänen Seithers errichtet und am 24. Juli 1960 eingeweiht. Die Kirche wurde von Helmut Urich mit Kunstwerken geschmückt. Die Christusfigur an der Wand, der Taufstein und das Michaelfenster sind von seiner Hand. 1353 ist in Altbach eine Ulrichskapelle belegt. Sie erhielt ihren Namen vom Schutzpatron Ulrich des Klosters Adelberg. 1514, 1599 und 1748 wurde an und umgebaut. 1736 erhielt sie einen neuen Turm. 1817 kam ein Sakristei-Anbau hinzu. In den 1920er Jahren wurde der Innenraum zweimal gründlich renoviert. Die am Marktplatz gelegene Kirche wurde an die bürgerliche Gemeinde verpachtet. 1978 zu 1980 einer Innen- und Außenrenovierung unterzogen und bietet nun Raum für kulturelle Zwecke, Sport und Freizeit. In Altbach existieren über 20 Vereine mit einem vielfältigen Angebot unter anderem der Turnverein, der Radfahrerverein, der Sportclub, der Tennisclub und der Tischtennisverein. In gemeinsamer Arbeit organisieren die Vereine mit Unterstützung der Gemeinde und den Kirchengemeinden ein vielseitiges Kinderferienprogramm. Angesiedelte Unternehmen Dekoma GmbH, eine Tochter der Magna Holding, produziert Kunststoffteile für die Automobilindustrie. Regelmäßige Veranstaltungen Das Dorffest findet jedes Jahr am vorletzten Wochenende vor Beginn der Sommerferien statt. Der Weihnachtsmarkt findet jedes Jahr am zweiten Samstag im Dezember statt. Jedes zweite Jahr findet in Altbach ein Nachtumzug der Altbacher Narren statt. Jedes Jahr, meistens im Mai, findet das Altbacher Volksradfahren statt, welches vom Radfahrverein Altbach organisiert wird. Die örtlichen Vereine stellen die Teilnehmer, Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Gemeinde Matthäus Böblinger, spätgotischer Baumeister. Weitere mit Altbach verbundene Persönlichkeiten Siegfried Häusler, Arzt, Verbandsvertreter und Hochschullehrer, lebte von 1945 bis zu seinem Tod in Altbach. Bekannte Sportler Johann Herberger, Fußballspieler und Trainer, lebte und starb in Altbach. Serdar Taschi, ehemaliger Fußballspieler beim VfB Stuttgart, seit Januar 2016 beim FC Bayern München, begann seine Karriere beim SC Altbach. Kirchen Das Zentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Altbach ist die 1960 erbaute Christuskirche. Das Zentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Altbach ist die 1960 erbaute Christuskirche. Das Zentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Altbach ist die 19, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 23, 25, 21, 23,. Untertitelung des ZDF, 2020